Oh, das geht da vorne wieder hoch. Macht das Bum? Nein. Was? Doch, das macht Bum. Aber nicht bei mir. Was ist denn da? Ah, da ist ein rennerer Zombie. Bam! Was? Wo ist Blut? Das spritzt Blut. Ah. Ne, hier ist auch nicht. Hier ist ein Nada. Niet. Keine Ahnung, wie man das auf Italienisch ausspricht. Niet, Niet. Ach, ich weiß nicht. Ah, durch das Maul. Ah, da ist jemand. Nein, das ist keiner. Aber es hörte sich nicht gut an. Da ist er. Der Ranger. Worauf warten Sie noch? Ah, der Ranger stirbt. Der hat mich eh genervt. So, aber... Wovor soll ich laufen? Kommen die von oben? Ich weiß es nicht. Na, egal. Ich rush einfach mal hier hoch. Äh, runter. Ah, ich höre ein. Ich weiß nicht, wo er ist. Note. Oh Gott, ich weiß es nicht. Oh Gott, ich weiß es nicht. Da. Du hast den Ranger gekriegt. Du Sack. Oh, da sind eine Menge. Okay, wie machen wir das? Gehen wir einfach runter? Wir gehen einfach runter. Uh. Stirb. 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 Und du auch. Oh. Wah. Das sind ganz viele. Oh, ne. Sehr schön. Nee, das sind Schrumpfeln. Noch besser. Bäh. Bäh. Oh. Das ist nur ne... Oh, da ist noch ein. Oh, da ist noch mehr. Ja. Entspannt euch. Entspannt euch. Entspannt euch. Entspannt euch. Oh. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Das war ne 4. Ah, da, 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 da. Da war ne M4. Da war ne M4. Da war ne M4. Das. Da. 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 Ach, lad doch nach, Mensch. Haha, du bist tot. Stopp. Zielen ist irgendwie voll scheiße in dem Spiel. Weil die Maus zieht so hinterher und dann bringt es eigentlich nichts. Wenn man grad voll so ein Action ist und... Nein, ich will... Ich will... Ja. So, und jetzt will ich... Ach, das gehörte dazu. Nein, nee, ich hab eh volle Munition. Also von daher brauch ich hier gar nichts mehr. Taschenlampe mach ich mal aus. Und endlich hab ich wieder einigermaßen entspannte FPS. Lasst mich durch! Ich kann nicht mal einen Stein klettern. Zu doof. Du, 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 du. Jetzt brauch ich wieder ne Taschenlampe. Kontrollpunkt. Hey, ich bin noch von anderen Seite. Wie cool ist das denn? Hm. Ich geh einfach mal hier lang. Da! Stirb, stirb, stirb. Geht auch. Das noch einer. Rente. Das noch einer. Dann wird auch. Dann wird auch. Dann wird auch. Das noch mehr. Da, wenn du mal. Wenn du. Ah, schau. Ah, schau. Ah, da, 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 da. Höh. Jetzt. Stirb. Warum kam von hinten einer? Ah, da kommt der her. So. Geht. Mikro. Ah, da kommt noch mehr. Scheiße. Eine. Endlose Armee von. Infiziert. Stirb. 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 Bäh. Ganz mit links gar nicht mehr zuschlagen. Ah. Oh Gott. Da kommt noch mehr. Da kommen immer mehr. Ah. Fuck, 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 fuck. Nimm die Falle, nimm die Falle. Ich bin tot. Okay, machen wir es nochmal. Finden Sie einen Weg aus dem Tempel. Geht durch. So. Doch, war richtig. Hier ist einer. Warte, die mache ich mal eben mit... Ah, mit dem Revolver. Oh, mit Blut zu spucken. Dann kann ich nichts mehr sehen. Ah, ich habe ja die Tauschelampe aus. Okay, da ist man schon intelligent. Okay, erstmal... Lass mich wieder heilen. Komplett. Die gehen eh, also... Die einzig guten Waffen zum Zählen sind... Wow! Fuck! Sind echt... Äh... Ah, wo? Was? Äh... Was spawnen die plötzlich hinter mir? Wah-nanana-nanana-nanana-nanana-nanana-nanana. Bam! Ich sehe gerade nichts. Ich sehe gerade gar nichts, dass ich... Äh... Wo ich hinziele? Jetzt kommen die natürlich nicht angelaufen. Doch, jetzt kommt er. Mach bumm! Scheiße! Ha-ha! Sehr schön. So, ich habe Kollegen gehört. Rückzug! Da ist ein Helikopter. Da ist ein Helikopter. Das ist die beste Idee, die ihr bisher hattet. Ah, mein scheiß Mikro. Und ich bin draußen. Ah! Gegner. Ganz viele Gegner. Und... Die FPS ist auch gerade ein Gegner, denn... Die ist bei 18. 19. 17. Weich mir nicht aus, du Schw... Oh... Wand! Helikopter! Da bist du! Da bist du! Ah! Ich auf mir lande. Sehr schön. Bewegung, Arschloch! Ich habe dich den ganzen Tag Zeit. Warum beleidigst du mich? Ah, ja. Schalt dein blödes Hirn, ein Nordway! Knall sie ab! Ich habe nur noch den Kopf! Verdammte Scheiße! Nein! Nein! Ich weiß jetzt nicht... Uah! Ich gibt es! Ja! Spannend. Nichts wie weg! Oh! So. Nein! Er wurde gebissen. Wurde gebissen? Er wurde gebissen. Level gemeistert. Weiter! Ja, wir spielen nochmal weiter. Weglaufen geht nicht. Es sei denn, du willst in den Dschungel verrecken, so wie... Zidek? Zidek? Keine Ahnung, wie der heißt. Griffin ist wieder da. Dieser scheiß Griffin. Erst verwundet. Wurde gebissen, als er mich in einen Helikopter gezerrt hat. Ich bete zu Gott, dass er nicht infiziert ist. Aber zum ersten Mal habe ich in den Augen dieses Arschlochs Angst gesehen. Drücken Sie Enter. Dadadada. Ihr da hinten, bitte! Behalten eure Finger am Abzug! Der Mann hier ist ziemlich verwundet. Und wer von Infizierten verletzt wird, ist eine fickende Zeitbombe! Scheiße, Mann! Junge, du hast dich gerade von deiner Zukunft verabschiedet. Wir gehen alle drauf, es sei denn, jemand jagt dir auf der Stelle eine Kugel in den Kopf! Ich hab's an, alles zweimal zu sagen, Arschloch! Er verwandelt sich! Er schießt den Ursohn! Ach, du Scheiße. Aaaaaah! Hier sehe ich auch noch Vision von Carol. Eine Butterstatue. Dort muss White Knight sein. Dort will mein Bruder hin, dort finde ich Carol. Spar dir das Gesülze für die Touristen, Cowboy. Die Lage ist verdammt ernst. Kein Helikopter, kein Funkgerät, niemand außer uns. Okay. Vielleicht hätte jemand auf mich hören und den Mistkall abknallen sollen. Er ist hier irgendwo. Und es wird nicht lange dauern, bis er uns findet. Gau! Bist du immer noch weggetreten? Griffin? Nein, ich korrigiere das. Infizierter Griffin. Okay. Sei still und hör zu. Der Ho Chi Minh Trade verläuft hier irgendwo. Ganz sicher. Du musst sie nur finden. Und zwar schnell. Viel Glück. Dankeschön, aber... Verlässt mich? Griffin ist da draußen, Frischling. Einen von uns beiden kriegt er. Ich hab mich für dich entschieden. Ich schreib deiner Familie. Du bist nett. Sehr nett. Ein nettes Arschloch. Tag 3. 13 Uhr. Gejagt. Na Mensch. Drei Tage in Vietnam und... Und... Und ich hab nur ein Messer. Und ich hab nur ein Messer. Ah! Ich hab nur ein Messer. Warum hab ich nur ein Messer? So. Suchen wir uns was. Schönes. Wo ist denn hier? Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Was? Wo ist denn? Wo ist denn? Da! Oh! Warum... Wow! Hör auf mich! Ah! Was? Was? Wieso bin ich schon tot? Ihr wollt mich doch verscheißern. Ich treu mich jetzt. Block. Ja, ich weiß. Was ist heute? Los, komm.